ja was geht ab herzlich willkommen zur nächsten folge enderbaro kurz den namen vergessen immer noch mit den alten gesichtern hallo servus der wunderschönen wir rauf zugriff 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 snipe, fight, fight, fight stress fight oh komm komm herrler brauchst noch zwei level dann kann ich mir an dem links machen wo treffen spawnt oder? die sollen jetzt keine Affen machen äh jonas hab ich da schon gefragt ich hab mir da nicht angehört ach ich hab jetzt mal geschehen wahrscheinlich kommen wir in der durch festung oder? ja ich würd eh sagen dass wir in etha gehen ja wollen wir? hoch ja klar gehen wir in etha aber ja jetzt ja dann los aber ich würde gern aufm weg noch level fahren damit ich mir ein dings machen kann ja dann musst du es machen dann mach ich auch ich nehm dann den ambus äh nichlas ist bei dir schon hamster einkäufe von irgendwelchen leuten gemacht worden? ja ehrlich ja tatsache jonas bei dir im supermarkt ich hab das noch nicht angehört äh ich hatte hier ganz viele konserven wurden gekocht und äh hauptsächlich äh desinfektionsmittel desinfektionstücher äh und reinigungsmittel und wir und wir ne 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 tatsächlich nicht wir haben erst heute wieder Ware bekommen nur wir haben jetzt zum beispiel versucht desinfektionsmittel etc weiter äh zu bestellen ne ja äh so vier so vier stück so ja lager kann uns nichts weiter mehr zusenden die können uns von manchen sachen nicht mehr mal eins zusenden so ich nehm alles mit hat da alles? ja so äh das nehmen wir noch mit ey aber wenn wir die sehen gehen wir drauf ne? ja safe ähm ne bei uns äh wir montag machen wir immer unseren einkauf wir gehen in so einen laden Nudeln waren keine mehr Milch komplett ausverkauft Konserven fast nichts mehr da 5 Minuten 5 Minuten Tarin auch fast alle weg Klopapier wir haben jetzt an den letzten Rollen Klopapier gekauft Nudeln Nudeln Spawn müssen wir da lang ja ich weiß zwei Packungen Hack gekauft und die waren alle weg weißt du immer die Spawncords? äh ne ne aber müssen in diese Richtung laufen I guess also die 3000er Koordinate muss runter gehen beide müssen runter gehen ja stimmt also die 2000er geht schon mal runter und hier geht die 3000er runter ja so schräg ja genau wir können ja eins orientieren wenn wir im Dabanngebiet sind stimmt ja ja wir sind halt voll weit weg gelaufen gibt es aber auch einen Border? ja 4-4 ok also ich habe jetzt ich habe jetzt Sharp 2 Deer und ich habe Sharp 2 Iron und Flor Sharp 2 mit Verbrennung noch richtig also Essens mäßig müssen wir auf jeden Fall wieder nachlegen also ich habe 12 Hammel und noch 11 Steaks das war's dann auch wieder ich brauche nur noch die Tiere für die Level Dankeschön ich brauche auch Level Mann ich theoretisch auch aber scheint ja euers wichtiger zu sein ja ich will ich noch 3 machen ich auch also ich brauche noch ein Sharp 1 Schwer und dann ja ich brauche nur noch die 2 Level halt ne ich habe 3 Level ich habe 3 Level ich auch ich auch ich auch ich grüße die Leute die unsere Videos gucken müssen ja stimmt hört euch diese Qual antun manche Videos laggen manche haben so schlechtes Gameplay no front an die Leute wirklich aber aber das ist halt schon faurig wenn ich mir manches angucken muss dann würde ich ja sterben Jonas du läufst links hoch die 3000er Koordinate oh wo muss ich lang hier ich brauche ich euch ah ja da drüben wie sieht es bei euch Essens mäßig aus ich habe nur noch 8 Hammel gebraten also ich habe 11 Hammel und noch 11 Steaks ok ja Jonas bunkert hier das ganze Essen kannst du mir auch ja ja schon hier ist der Sumpf da sind noch Tom Zuckerhorn und jemand mit rechts ja klar ich gehe da lang hä nach Tieren ich bin überfordert wir sind gleich am Sworn wenn wir da jetzt rechts lang laufen alles gut Jungs ja ich bin da ach so ich dachte ich hab die ich hab da ich hab da weil alles so ruhig war Jonas ich hoffe mal dass deins und meins nicht auffällt was und meins und deins hä Verbündungsprobleme ich wollte schon selber hallo ja wir hören dich noch wir hören dich noch alles gut ich bin grad von selber drauf ok lol das ist Trash hast du nicht alle rausgekackt aus dem Internet doch alle von draußen niemand mehr außer ich ja wird kein Strike von 17 Aufnahme zweiter Strike wir sind nochmal gelieft die Flagsen die Flagsen ich bin bei mir noch gar nicht drauf dann dann warte ab bis lädt und so ja hier ist der Spawn ne doch nicht oder ne jetzt war ich drauf und war direkt daran da ich bin da richtig ja war bei uns auch so bis vor zweimal gekickt zu viele Vlogs jetzt nimmst du Folge 5 schon auf ja dann bitte ja moin darfst du nicht überhaupt permanent Reloggen darfst du nicht überhaupt permanent Reloggen ich bin nur zweimal Relogged nein man sieht es bei mir in der Aufnahme ja ja schön dass du monstersiet aber laut links seid bis zu 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal man sieht es ja auch nur dass ich nur 2 mal gejoint bin bist du jetzt gebannt oder was ja ist ja safe ich würde ja nicht so rumhaulen was also laut dem ey ich check grad gar nichts ja ich schreib einfach den Admin an ja mach das ist noch ein Admin on Organisator ja ja sollen wir jetzt trotzdem hier warten oder was wollen wir machen ich würde schon warten nein macht ihr weiter also macht ihr weiter die Folge sollen wir mal in Neta reingehen komm mhm wenn wir sie sehen können wir immer noch bake weißt du ja richtig ja und wir haben ich denke wir haben guten Equip vorteil wenn dann pvp vorteil ja aber wir sind nur zu zweit gerade auf und selber ja wir tryn das kommt bisschen für spaß warte ok brauchst du noch einen Lava Eimer ja brauchst du noch einen Lava ok kann ich Aufnahme beenden und ja es fehlt ja nichts aus dem Game ich schneid dann am ja ich schneid dann ran wenn ich wieder rauf da haut da rein ok da vorne ist ein Admin ich weiß wo die sind ja lass hin dieses Item ist gebannt was hab ich denn aufgesammelt weiss ich nicht ach ne Eier achso Eier von den Hühnern achja ok man kann sich keinen Kuchen craften noch Sand wo bist du lang ja hier drüben einmal hinter dir einmal hinter dir einmal um die darunter rennen ok ich hab so Angst im Nether down zu gehen ne oh ja fühl dich den Punkt das ist so das letzte was man möchte hier kannst du runter alles dude oh du riesiger Magma-Küber alter äh bist du hinter mir äh gleich ja so jetzt bin ich hier sicher alter ne das würde ich nicht doch 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 for weird glaub mir ich try es einfach was der kript sich grad über den Lava fluss ich drück so hart meine Shift-Taste alter wenn du jetzt fällst ne 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 ich fall nicht ich bin vor fall fällt alter werd ich werd ich hier runter fallen ne guck mal jetzt kann ich nicht mehr runter fallen jetzt bin ich schon mehr am am hier ist safe hier kann ich runter springen warte warte haben wir eine Springdownship und Fallschirm ja hier könntest du doch sterben aber es ist also nicht sterben aber hier könntest du einiges an Fallschirm passieren ja ich bin drüben ich hab halt echt Angst dass die irgendwo im Nether sind ne kann möglich sein ja weil der mal geschrieben kommt wir brauchen wir brauchen sonst aber eh netherwarzen das ist ganz gut dass wir hier sind ich würde auf die das ganze netherquartz würde ich sagen erst mal sag mal scheiß drauf weil wir können ja nur trinkbare hier eins machen ne trotzdem besser als gar nichts ja das stimmt bestimmt deswegen ich würde auch sagen hier Tränke sind wichtig ich habe kein Worts einfach Rinder komm und dann holen wir die sag dir erst hab ich schon mach ja oh mein Gott alter du hast nicht down gehen hier ist ein Spawner ich muss dir das gleich mal zeigen alter alter okay ich wäre beinah down gewesen ich wäre beinah in Lava gefallen und da kam ich nicht mehr raus okay muss ich gleich mal zeigen alter ich habe mein Leben schon mit dem vorbeiziehen gesehen war nicht geil ich habe schon zwei Stück brenne du musst es nur racken ich gucke mich ein bisschen ohne mit der Zeit okay ja weil wenn wir ja im fighten so mit den netherdingern also mit dem stress immer ich habe netherwatzen hier ist noch keiner gewesen wir fragen nach fight wollen wir nein nicht zu zweit 3 was 1 alles klar das sind aber ich glaube das sind nicht so schlechte Spieler möchte ich dir mal anmerken also ich kann es mir nicht vorstellen dass die so kacke sind ich verstehe nicht warum ich so struggle gegen die netherwars die sind bronzer die sind richtig bronzer bronzer spieler ich habe ne kiste ich habe zwei kisten mal gucken was drin ist du bist schon in der festung drin ja ja noch mehr netherwatzen Feuerzeug nice 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 ich versuche noch Dias zu finden oh ich habe zwei Dias ich habe es gerade angekündigt nice nice Sattel ist verboten oder Sattel ist verboten ja Sattel ist verboten du kannst ja deine folge alleine aufnehmen naja warte ich das ja kurz öffnen dann wenn du damit er zum nether kommt ne oder ihm zeigen zumindest wo er lang ja ja und noch mehr netherwatzen hinter dir jonas ja alles easy lass jonas dann die kurz öffnen beziehungsweise steht nicht direkt beieinander ne jonas kriegt doch wahrscheinlich nen strike falls das so ist ja aber im nether nicht also im nether ist es egal ich guess also sorry aber ich glaube nicht dass ich mal so für die dem nether nachbringen will zumal nicht wenn die sehen was sie für stab haben später noch was Dias haben wir nicht noch über ne ne dass ich wüsste also also ich habe jetzt noch zwei die jetzt noch Kiste gefunden habe aber noch ne Kiste ja loot einfach die Kiste das also schlaueste nochmal eisen ob sie die anbekommen hab ich bekommen netherwatzen hast du? 46 an wieder oberwort und anbauen wollen wir schon ich hab nur 4 blaze warts aber nur ne das reicht ich weiß ja nicht ob sie ich würd gern magma cube also äh feuerresi ist das erlaubt ne ne ist verboten wird doch nur hier eins ach nun hier eins okay okay nur hier eins ja nur hier eins deswegen hätte ich jetzt gesagt zurück weil warum unnötig risiko eingehen weißt du ja jetzt zu ja okay dann go go ich meine auf die werden wir nicht mehr treffen die werden erforen ja die sind bestimmt gleich in der minute weg deswegen und dann können wir wieder Richtung da laufen wo wir herkamen so ein bisschen um wieder Flo entgegen zu kommen ja hier ist richtig viel los hier ist richtig Ramazana ja ja hier sind 3 Spawner ah alles gut ne war nicht gerade alles gut und warum? gerade nicht weil ich nur einen halben Block davon entfernt war komplett runter zu klatschen oh ja oh ja das fühle ich den Punkt den hatte ich auch das war richtig äh ja äh da ist ein Ghast ja off official goodbye und tschüss ich bin dann mal weg ne AHHHHH hier ist ja doch einer okay ich bin drüben schießen die nen Lauf ja die schießen richtig die ballern die richtig und wir laufen über diesen Steg alter ich hatte da jetzt weniger Angst als ich den Shot von der Bette egal ich schnell raus hier mein das ist die scheiß Hölle 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 das ist so ein Gas und jetzt stehen hier so die anderen Teams wie damals Mr. Moore und Cass Curfter gegen Holly und Eason das ist so sehr krank ja ja oh man ey ich hab wieder gut Level auf jeden Fall komm mit hier aber der Admin der Admin wollte mir erst nicht glauben dass ich nur zweimal die Seed bin oder der eine ja ja so ja steht mal Clip ich hab den Clip geschickt da ist hm geschrieben man sieht ja dass ich nur zweimal gejoint bin kannst du hier Feder mitnehmen hast du Eisen im Inventar hier guck mal die Federn hat also ich weiß nicht ich hab ein paar Federn dann wieder weg ne ich hab die Federn und Feiersteine mitgenommen ja sagen wir es hier irgendwo runter grauen ey ich hab mal Spawn-Code ne oh stimmt ja ist das nur 0 hab ich gemacht hab ich gemacht ne ist es nicht ich hab Standbild hallo 1.600 also 1.600 1.600 Ah jetzt sehr gut hier hat grad ein Standbild nicht dass sie denken dass ich hier was mache aber ich werde mit meiner mit meiner Handcam einfach aufm Monitor gefällt dass da auch Standbild ist ich dachte du kriegst jetzt ein DC-Joints einmal nach und hast dann plötzlich auch drei W-Joints die sind weg ja wir laufen wieder weg sollen wir andere Richtung laufen oder sollen wir mal andere Richtung laufen da hinten lang warum wir sind doch hier safe wir müssen ja nicht dass wir hier sind und da sind wir na warte lass hier komm komm hier rein lass hier hinten ein Graben hier auf lass doch auf den Berg hier aufm Baum stellen ach so ich stell mich aufm Baum wir haben den Spawn-Insel im Blick hallo kannst du mal kurz Amboss aufstellen bitte äh ja hier warte das Objekt ist meins aber wo brauchen wir eh nicht schon zwei Schuhe noch guck mal kannst du wieder abbauen ich mach es ja bin so PP gerade ok ich kann auf jeden Fall ein bisschen Essen machen dann ja ich bin weg also gleich ich auch ja nice gut sehr gut sehr gut war eine gute Folge ja kurz Manete reingewascht aber wirklich reingewascht wirklich waren 5 Minuten da nicht machen nicht machen glaub ich kurz die Hose voll geschissen war traurig ja war nice hat mir gefallen hat Spaß gemacht dann haut da rein lass ne Bewertung auf Show bei Flo vorbei da seht ihr nämlich was ganz anderes ja ja wenn ich den Rest noch aufnehmen darf das ist ja stimmt ja wenn ich drin bleib im Projekt bin ja jetzt schon bei Folge 5 ja dann haut rein ja dann haut rein ja dann haut rein Vielen Dank.